Und Ballgewinn Stade, der nächste. Neustadt beim Ballvortrag nicht ganz sicher und Punkte. Sehr schön gespielter, wunderbares Anspiel von Neil Ancelad. Auch Fabian Kondo, der andeutet, dass er mit der rechten hochgeht, dann nochmal auf links wechselt und den Ball sicher in den Korb legt. Wunderbare Aktion da. Und jetzt auch wieder der nächste Ballgewinn für den VfL. Neil tanzt sich durch die Zone, findet seinen Weg vorbei. Am 14.11. geht es hier an Ort und Stelle in das brisanteste, intensivste, spannendste, coolste Nordderby der Regionalliga. Während Marvin hier rauskommt, rauskommt. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Klaue! 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 Klaue Jesus, Jesus, Jesus! Ja! 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 Ja!